Willkommen zu einer weiteren Folge von mir in Assassin's Creed Chronicles Russia. Die gute Anastasia steht ja immer noch hier oben auf dem Dach. Und wir sollen jetzt hier diese Liftsteuerung aktivieren. Und haben dabei das Vergnügen. Ups. Dass wir hier, da läuft zum Glück nur einer. So, dann haben wir den ersten gekillt. So, wir haben einen Schlüssel eingesammelt. Das Ding ist... Wo läuft denn die Sonne? Oh, doch. Ja, hier. Zum Glück haben wir den Mangeten da gehabt. Glück gehabt, Glück gehabt, Glück gehabt, Glück gehabt, Glück gehabt. Und da sind sogar zwei. Ach, du Nase. Geht was los mit euch hier, ne? So. Da haben wir das erste Ding gemacht. Ich weiß noch nicht mal wo ich hin muss, ehrlich gesagt. Ich weiß hier noch einer. Nee. == Aber ich weiß hier noch nicht. Da bin ich richtig. Da bin ich hier! Da bin ich hier. Da bin ich hier. Da bin ich hier. Da bin ich hier. Aber der Körper. So. Wo muss ich jetzt noch hin? Alter. Der ist da. Oh Gott. So. So. Nein. Den auch nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Geht los hier. Mal gucken. Ih, Ch??? Okay. Oh. Hier. Hier. Oh. Eieiei, jetzt bin ich echt mal gespannt, wo ich da jetzt noch hin kann. Unglaublich. So, ich wollte mich finden. Der geht sogar mit einem dicken Knifft auf mich los. Eieieiei. So, ich mach das jetzt mal anders. Wo sind wir hier schon? Eieiei, jetzt. Eieiei, jetzt. So. 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 Wir müssen da irgendwie hin. Lass mal hier wieder hin. Eieieiei, wir müssen da noch unterweidung. Eieiei, wir müssen da noch unterweidung, wo ein nächstes. Ah. So. 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 Nein, 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 nein! Ich glaub es nicht. Ich glaub es nicht. Okay, ich mach das mal anders. Ich glaub ich mach als erstes mal den Blut darin da an. Damit ich hier oben hin kann und hab meine Ruhe. Ey, das ist ein so dummer Scherz gerade, alter. Warum hat er denn das gemacht? Ich wollte das erste Fenster davor gehen. Ja, vor allen Dingen krieg ich das nicht mal hin mit diesem komischen Kill, alter. Ja. Ja, keine Chance. Ey, ich stell mich grad wieder an wie der letzte Gastverkauf des Monats. So, nochmal. So, dann hier. Hier. Der Engel läuft da hin. Der interessiert sich ja nicht für seinen Kumpel da. So. Dann machen wir es eben so. So. War das hier oder woher andere Fenster erst? So. Der guckt da raus. Sehr schön. So. So. Jetzt bin ich aber gespannt, wie das am Abgehen ist hier. Ich muss den erstmal killen. Ja, der hängt da oben. So. So. Dann mit dem. Kann ich den aufheben? Nee, den kann ich ja nicht aufheben, ne? Was schlimm ist, wir müssen schnell genug sein. Jetzt hier. Bin ich ja mal gespannt, wie das jetzt hier klappen wird. Diesmal bin ich ja richtig gut in Fahrt, hätte ich beinahe gesagt. Sehr schön. Von daher. Hier wird keiner gucken. So. Ich muss mich jetzt mal heilen. Oh Gott. Falsche Dings. Falsche, nee. Falsche. Wieso? Läuft denn da oben jetzt noch einer einmal rum? Och, nö. Warum ist denn der auf einmal aktiv? Wo kommt denn der auf einmal her? Ich hab doch oben da schon einen gekillt gehabt. Ach, ja, nicht gut. Ach, ja, ja, ja. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. So. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Oh, wow! Das ist ein Lack. Silber. Ich glaube, das ist echt... Das war ihm gerade echt glück. So, ich bin da jetzt echt durch. So, sehr schön. Das freut mich. Oh Gott, endlich bin ich da durch. Warum? Zack. Nein. Nein. Was ist jetzt los? So, mit der Helix-Ringe kannst du El-Milligang sofort verschwinden lassen. Ah, in diesem Gebiet musst du die Helix-Ringe einsetzen, um alle Leichen verschwinden zu lassen. Äh... Ich weiß noch nicht mal, wie ich die einsetzen soll. Bei Helix verfügbar. Drücke Y, während eines andere Tats und Leichen verschwinden. Wenn Helix-Ringe kannst du möglich hier über Texte und kombinieren. So. Oh, sehr schön. Das war ja mal richtig nice gerade. So. Dann hier. Komm. So, damit haben wir das Zeichen auch noch am Ruck. So. Oh, nö, ne? Heidewitzker. So, da holen wir uns jetzt mal wieder einen Schleier. So. So. So, der läuft da lang. Dann läuft er da durch die Tür. Wenn er sich gleich dreht, muss ich warnen. So, dann. So. So. Oh, sehr schön. Dann hat ja Rikard den richtigen Raum gemacht. Noch eine Schriftrolle. Dann hier oben haben wir den. With choice. Äh. I won't be so sure about that. Wo ist das Telefon? Nothing. What did we say? Das ist das Telefon, to say out loud anyway. No, the Bolsheviks are quite lucky anyway. Ey. So. Wenn der Typ nicht mehr hinguckt. Identify yourself. Over there. Over there. Nein. Ey, der hat mich doch gar nicht getroffen. Ich war ja schon tot, bevor ich wieder entdeckt wurde, alter. Rrrr. So. Mach mal. Also, den hier. Ja, das ist mir ja schon klar. Ah. Körper gefunden. Alarmiert. Ach, die dürfen auch nicht mal den Körper finden. Ach, Gottchen. Alter. Ey, oh. Ey, 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 ey. Das ist hier. Hier, jetzt habe ich 10... 15 Minuten hier gebraucht, um diese Eile-Level dazu schaffen. Äh, stopp. Nee. Der guckt noch zu früh. Ich kann den nicht. Aufhebeln. Aufhebeln. Okay, gut. Dann hier. Ich hätte zudem durchrutschen müssen. Ich hätte zudem durchrutschen müssen. Tja, Leute. Auf jeden Fall danke fürs Einschalten, fürs Zugucken, fürs Ertragen. Ich bin wenigstens schon 5 Meter weiter. Echt unglaublich. Ja, wie gesagt, ich danke dafür. Ihr wisst ja, wie es geht mit Kommentar, Like und Abo. Ich zeige euch dann beim nächsten Mal, ob ich es schaffe. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal und bis denne. Wir sollen uns um einerschön. Wir sollen mit uns nahe unbedingt Axel Wir sollen, oder?